Grüß euch, ich bin der Michael Scheidraus von Danz. Ich bin zehn Jahre alt und ich spiele im SCM von Danz. Michael, warum freust du dich besonderlichst auf die Europameister? Weil ein paar meine Lieblingsspieler mitspielen. Weil es cool ist, wie die Europameisterschaft mehr laufen. Was sind denn die Lieblingsspieler und die Lieblingsvereine? Christian Ronald ist mein Lieblingsspieler und FC Barcelona ist mein Lieblingsverein.